An alle, bei denen Black Ops 6 nicht funktioniert und ihr das Spiel nicht starten könnt und es immer abkackt, ihr geht einfach hier, Datei, geht auf, da wo ihr das Spiel installiert habt, bei mir ist es halt bei Games, bei euch ist es bei C, Programme 86, dann geht ihr auf Steam, dann geht ihr auf Steam Apps, Common, dann geht ihr auf, geht auf euren Call of Duty HQ Ordner, geht dann auf MP24 und dann geht ihr hier oben auf Suche und gibt ein Excel, dann kommt MP24 COD, Rechtsklick, Eigenschaften, dann geht ihr auf Compatibilität, Compatibilität, dann geht ihr einfach da drauf und dann müsst ihr, wenn Programm als Administrator ausführen steht, müsst ihr das deaktivieren, also macht den Haken weg, klickt auf übernehmen und dann ok und dann müsst ihr euch gehen laufen, Kuss.